Frohe Weihnachten wünschten jetzt die Harry-Potter-Stars ihren Fans. Tom Felton, Emma Watson, Ivana Lynch, Bonnie Wright und Matthew Lewis nutzten anscheinend die besinnliche Zeit, um ihren Fans ein ganz besonders schönes Fest zu wünschen. Alle Beteiligten reposteten den Beitrag zur Freude der zahlreichen Potterheads. Die Reunion von Draco, Hermine, Luna, Ginny und Neville wurde dabei reichlich kommentiert. So schrieb ein Fan, Doch einer der beliebten Schauspieler erhielt besonders viele Kommentare. Tom Felton Die Anhänger der Filmreihe waren sich einig, dass sich der 32-Jährige stark verändert hat. So schrieb einer, Draco sieht aus wie der Mitarbeiter des Monats vom Mogelverbindungsbüro. Ein anderer Follower meinte, Ich hatte berechtigterweise einen Moment, in dem ich dachte, wer ist der Typ ganz links? Hat jemand seinen Vater mitgebracht? Jemand anderes brachte es dagegen auf den Punkt. Ich bin geschockt, wie viel älter Tom Felton geworden ist. Tja, vor allem der Oberlippenbart lässt den Schauspieler sicherlich älter wirken, als er ist. Dennoch ist es schön zu sehen, dass sich Tom Felton, Emma Watson, Ivana Lynch, Bonnie Wright und Matthew Lewis auch Jahre nach Fertigstellung der beliebten Filmreihe rund um den Zauberlehrling Harry Potter noch so gut verstehen. Wir wünschen ebenfalls frohe Weihnachten!